Heute müssen wir Barcelona-Dietapas beiseite legen, denn das heutige Event geht gleich los. Wie ist die lange, Kristen? Wir haben heute große Talente hier, Alex, und einige haben hier schon mal eine fantastische Performance geliefert. Wir können uns also auf ein hohes Niveau und viel Einsatz freuen. Entschuldige, es ist nicht so weit. Okay, viel Glück! Verstanden, angreifen. Ich gebe es weiter. Okay, angreifen bestätigt. Okay, ich gebe es weiter. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Im Moment ist angreifen nicht möglich. Ich habe Anweisung84 nicht möglich. Was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen Hakenkampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Puchte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger, aber wer wird es sein? Verschuldigung, das ist ja so. Na komm, das schaffst du ohne Probleme. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Verstanden, gebe Anweisung zum Angreifen. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Untertitelung des ZDF, 2020 Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Okay, angreifen. Ich versuch's weiter zu gehen. Okay, es wird angegriffen. Oh, nein. Ich versuch's nicht hier. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, mach schön drauf. Untertitelung. BR 2018 Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Bleib in Führung. Letzte Runde. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für ein Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Untertitelung. BR 2018 Es läuft zur Zeit gut für dich. Mach weiter so. Untertitelung. BR 2018 Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Okay, das wird angegriffen. Untertitelung. BR 2018 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 Letzte Runde. Zerteidige der Geführung. Untertitelung. BR 2018 Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Okay, angreifen bestätigt. Oh, okay. Let's go! Okay, angreifen lässt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020